Herzlich Willkommen hier wieder zurück bei Minecraft und ich muss mich erstmal hier ein bisschen entschuldigen, ich stehe jetzt woanders hier, denn ich habe aus Versehen die Speicherung gelöscht von den ganzen Sachen und jetzt muss ich von neu anfangen und das tue ich auch und ich gucke erstmal auf die Schwierigkeit, ich mache erstmal auf normal, ist ja klar, dann gucke ich mal hier, dass ich erstmal da im Wald ein paar Hölzer abbaue, Bäume abbaue und dann gucke ich mal weiter was so noch hier ist. Bin auf jeden Fall schon mal auf einer Wiese gespawnt, jetzt rohes Fleisch schon mal zwei Stück, dann gehe ich mal eben in den Wald, mache mir dann Holz abbauen, hier einfach irgendein Holz abbauen, dann gucken wir mal weiter. So, jetzt muss ich zwar wieder von neu anfangen, das ist zwar blöd, aber gut, dass ich noch nicht so viel gespielt habe, deshalb geht das eigentlich noch ganz gut. Kommt da noch, wunderbar. Warte mal, ich baue mir jetzt erstmal. Kann ich das damit nicht? Dann muss ich wahrscheinlich die Hölzer abbauen, kann man das nicht mit Birkenholz? Dann mache ich jetzt irgendwas falsch. Ich habe doch schon mal einen Coffting Table gebaut, komisch. Nochmal, nochmal, drei, vier. So, dann müssen wir uns jetzt wieder genug Holz abbauen. Ach ne, ich muss ja erstmal normal Holz machen. So, und jetzt so ein Coffting Table, den stelle ich sofort hier hin. Dann mache ich hier raus, erstmal Holz und dann zehn Stöcke. und dann erstmal zwei Äxte, zwei Spitzhacken und zwei Schwerter. Dann habe ich das erstmal so. Das tue ich mal so, das tue ich mal so hier hin. Axt, Schwert, Spitzhacke. So. Und die baue ich mal eben ab wieder hier. So, und jetzt baue ich mir dann mal hier schön viel Holz ab, dass ich dann mir ein Haus erstmal bauen kann, falls es Nacht wird. So, da. Ich habe jetzt wieder ein anderes Texture Pack erstmal, weil das Sparks da oder Specs oder so, das stottert ja ein bisschen oder ruckelt ein bisschen. Dann läuft das hier schon flüssiger. Ich habe noch ein anderes, das kann ich auch mal zum Test einfach mal irgendwann reinmachen. Fand ich halt, sieht aber nicht so gut aus. Nur da noch. Schön viel Holz sammeln, dass ich mir erstmal eine schöne Wohnung machen kann. So, weiter. So, da ist auch ein Huhn, das mache ich dann auch gleich mal suchen. Weil ich glaube, das reicht erstmal für den Anfang. So, die Setzlinge nehme ich mit. Und da sind die Kühe. Ich gehe zu den Kühen und die nehme ich mal mit, weil vielleicht kann man die später mal ganz später mal brauchen. So, Kuh. So. So, vier Fleisch. Ich gucke mal weiter. So, das müsste reichen. Ich baue dann hier erstmal. So. Dann mache ich erstmal das. So, dann habe ich erstmal Holz. Dann baue ich mir hier erstmal eben. So, 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 so. So, dann baue ich mir da erstmal ein Haus hin. So, dann noch so, 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 so. Weißt du, dann mache ich erstmal so. Dann spare ich ein bisschen mehr Holz. So, guck. Und dann mache ich den Crafting Table eben mal hier so rein. Und baue mir eben eine Tür. Habe ich das auch. So, jetzt habe ich erstmal, so. Jetzt kann ich erstmal wieder auf Jagd gehen. Da ist ein Dschungel. Ah, mal gucken. Was natürlich gut wäre, wäre jetzt Stein. Ah, da ist es ja sogar. Ist ja sogar Stein. Dann baue ich hier mal eben Stein ab. Dann kann ich mir auch einen Ofen bauen, sofort. Das Fleischbraten. Denn ich brauche ja auch Essen. Ah, nee. Da muss ich erstmal auch Kohle, ne? Da muss ich erstmal Kohle auch finden. So. Müsste reichen. So. Fangen wir einfach mal schon mal an. Gut, reicht. So, jetzt habe ich einen Öwen. Jetzt tue ich hier mal eben so Holz rein. Brennt das? Das brennt nicht. Äh. Papp, papp. Wissen Sie, wat? Ich habe ja so viele Sachen. Brennt auch nicht. Ich muss jetzt, glaube ich, richtiges Holz suchen wieder. Jetzt wird es Nacht. Fantastisch. Geil. Okay, dann mache ich das beim beim nächsten Tag. Kann ich vielleicht Samen kann man auch nicht so essen. So, erstmal eine Kiste. Da tue ich mal die Samen rein. Das Fell. Äh, das und das. Warte mal, das kann ich trotzdem noch hier behalten. Da sind Stücke, weil ich kann mir dann jetzt schon mal ein Schwert aus, äh, Stein bauen. Ja. So, das tue ich wieder da rein. Die Stücke tue ich auch mal da rein. Jetzt habe ich ein Schwert aus Stein. Und ein Ersatzschwert lasse ich trotzdem noch hier drin. So, jetzt dauert es erstmal ein bisschen, bis es Tag ist. Die Setzlinge tue ich auch mal hier rein. Die Erde da. Und ich muss jetzt gleich Rohsfleisch einmal essen. Och Gott. Wieso geht das nicht, dass man... Puh. Vier Leder. So, Leder-Schuh. Da habe ich ein bisschen Schutz. Okay, da ist ein Skelett. Okay, das ist wieder eine Wiese, wo ganz viele Skelette sind und so. Da will ich jetzt nicht unbedingt hin. Äh, was kann ich denn jetzt machen? Ich finde eigentlich den Standpunkt auch schon geil. Da ist Wiese, Wald, Dschungel und Sand. Ich glaube, hier kann ich auch ein großes Haus hinbauen. Und die Musik. Boah. So. Das dauert jetzt erstmal. Da kommt das Skelett. Das will ich jetzt nicht begegnen. Ja, okay. Das ist mir nicht viel. Ähm. Setzlinge da hin, Stücke da hin. Okay, das Skelett ist da irgendwo. So. Das ist jetzt echt blöd. Was kann ich denn? Ich kann jetzt nichts machen im Moment. Ähm. Nee, das geht nicht. Und Skelett getötet. Ich habe auch schön Pfeile da dran gemacht. Jetzt muss ich mal gucken. Es ist ein bisschen dunkel. Äh. Das ist blöd, wenn man keine Fackeln hat. Weißt du was? Ich... Das geht nicht. Ich muss eigentlich zum... Ich habe da einen Creeper oder war das Sand? Jetzt habe ich Holz. Jetzt kann ich das mal eben so machen. Ah. Und schon brennt es. Guck mal. Kann ich da jetzt das rein? Das wäre natürlich... Nee, das kann ich nicht. Das ist blöd. Aber so geht das. So geht das. Weil dann kann ich mir nämlich auch schon Fackeln bauen. Dann habe ich es ein bisschen heller. Wenn dann mal die Kohle rauskommen würde. Ich lasse das mal eben brennen. So. Ist auch gut. Oder ich baue... Ich mache mir erst mal... So. Brauche ich eben die Stöcke. So. Und jetzt habe ich dann 12 Fackeln. Jetzt mache ich mir mal hier Licht. Das ist ja... Widerlich dunkel. Jetzt habe ich 10 Fackeln. Draußen auch mal welche. Dann ist es ein bisschen heller. Dann tue ich die Fackeln mal da wieder rein. Die Stöcke mal wieder da rein. Jetzt habe ich zwar keine Kohle mehr. Warte mal. Das ging doch letztes Mal, dass ich... Na egal. Jetzt baue ich mir mal... Doch, das brauche ich doch noch. Und eben... Das soll es... So. So. ja da muss es so hin und jetzt muss ich wo ich doch noch mal die Fackel nehmt und weiter geht's so und dann bruddel ich mich hier mal einfach so durch dass ich hier ein bisschen stein wieder kriege